Moin, meine lieben Freunde und willkommen hier zurück bei einer neuen Folge von Rocket League. Natürlich mit dem Sharky. Mit mir, guten Tag. Wir machen heute keine große Sprüche nach letzter Woche, nach dieser unglaublichen Niederlage gegen den Franzosen. Gegen irgendwelche Baguettefresser wollten wir keine große Ansage machen, sondern einfach nur spielen. Und da kommt das erste Tor. Also, schön, dass Sharky das erste Tor geschossen hat. Malone hat gedacht, vielleicht morgen, nicht heute. Ja, und der andere ist einfach beim Ball gesprungen. Ja gut, das kann uns auch passieren. Ja, nein. Auf jeden Fall steht es momentan... Was macht er? Ist er Kaffeeträn gegangen oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht es momentan 4 zu 2. Ach du Scheiße, ey! Also, 4 Siege und 2 Niederlagen. Genau, so. Ich weiß nicht, was die beiden Kollegen hier machen. In Blümmer. Oh Leute, ich dachte, wer... Hä, wer ist denn da links? Wurden wir gefahren dann? Ja, ähm, ich... Wir sind blau. Das war aber knapp, ey. Hätte ich ihn richtig getroffen? Oh, Mann. Das Fliegen muss ich besser drauf haben. Ich bin nicht in der Mitte. Ich glaube, jetzt bin ich in der Mitte. Okay. Ich dachte, der kommt hoch. Oh, nee, ey. Wie peinlich. Scheiße! So, ich trau dann erstmal den ganzen Boost weg. Okay, ich geh auf den Ball. Okay, alles klar. Boah. Das schon wieder. Das schon wieder. Alter. Spiel. Sehr gut. Also, einen Moment lang konnte ich gerade nicht atmen. Ja, ich auch. Wie war's? Dann komme ich schon wieder weg. Warte, ich hab, ich hab, ich hab. Ja. Ja, natürlich hat er mich gesprengt. Natürlich. Ich komm voll der Knarre. Mann, Mann, Knarre, Junge. Ich komm da volle Pulle auf ihn zu und der Typ, ne, weiß du. Wo bist du? Ich bin da. Ich bin bereit für die Mitte. Muss nur eine vernünftige Flanke. Aber ich bin vorsichtig. Den hab ich nicht berührt. Weil wir momentan noch in Führung sind. Und ich hänge an unsere Führung. Ja, ein bisschen. Ich geh drauf. Ja, ja, geh drauf. Ja, ich geh mal drauf, ne? Jo. Achtung, der kommt gut. Ey, ich komm mit dieses Scheiß-Auto nicht klar. Mit der McLaren spiel ich viel besser. Mit der McLaren spiel ich viel besser, ey. Schön, wie der da. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ach, scheiße. Soll ich nix machen? Ja, ich hab den auch nur da irgendwie rausklären können. Und dadurch hab ich den halt nur in der Mitte... Oder ich sag mal so, ich hätte was machen können, aber mein Reaktionsvermögen ist so beschissen gerade gewesen. Es lohnt sich noch nicht mal darüber zu reden. Lass die mal schießen. Lass die schießen. Okay. Ah, der schießt auf mich. Ja, das singt. Lass die mal ein bisschen vor. Oh nein. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das ist, das ist genau diese, diese Tore kann ich zum Tor nicht haben. Ja, ich hab ihn genau unterliegt. Das wär doch, ist doch nie gewollt gewesen. Lass ihn mal ballern. Lass ihn mal ballern. Hol dir denn jetzt halt n Boost, Digga. Einfach n Boost holen. Okay. Ach, wird schon wieder weg mit der Kamera. Ja, na klar, bist du wieder Erster, Alter. Komm, baller ich ihn rein jetzt halt. Volle Kanne jetzt hier. Okay. Für die nächste Runde. Fuck, komm, dieses Müllauto, ey. Ganz ehrlich. Wo nicht mal jemand sprengen kann, nicht einer. Ich bin in der Mitte. Ja, weil ich hab den... Du bist hinter mir. Ja, yes. Ich wollte in der Mitte gehen, aber... Digga, Schake, wo bist du, Alter? Wieso, das meine ich. Ich war doch... Der Ball war in der Wand. Ja, klar. Diese Sekunde, die der den Erb gerührt hat. Ja, aber gut. Du musst nicht nur auf den Ball orientieren, sondern auch mehr auf deinen Gegner. Gucken, wie er platziert ist und wo der Ball hingehen könnte. Ich hör doch mal auf mich zu rammen, Alter. Ohne Spaß hier. Na gut. Ich bin hier nur. Ja, aber der ist toll. Direkt. Volley genug. Ja? Das haben wir ja, Alter. Achso. Nee, doch nicht Volley. Doch, Volley. Ja, gut. Aber es gab mal eine Zeit, du konntest voll gut fliegen. Wieso kannst du nicht mehr fliehen, Digga? Geh mal in die Höhe, in die Höhe, Alter. Was ist los bei dir, ey? Bist du alt oder was? Ja. So, du musst Bescheid sagen. Ja, Bescheid. So, den hab ich schon ausgeträgt. Okay. Ich probier mich hierher zu... Los, los, los! Ja, ich bin auf dem Weg. Gar nicht. Ja, du bist auf dem Weg. Du machst erst mal die drei Ecken von der Arena, bis du bereit bist. Was auch immer das gerade bedeuten sollte. Achtung, Ball kommt. Ball kommt. Ja, ich hab auch keinen Boost, aber ich gebe alles. So, der hat mich schon gesteckt. Der geht mir so auf den Sack. Der ist doch alleine, Digga. Klär doch mal. Ich hatte auch keinen Boost, Mate. Immer noch nicht. Hey, da hab ich gerade gerettet, ey. Ich hab halt... Ich kann halt nix machen. Ich kann halt nix machen. Ich sag gar nix. Kannst du jetzt die Folge behenden? Ich sag gar nix mehr. Tschüss, meine Liebenfreunde. Ich verabschiede mich schon mal. Ja, der Wett ist leider angepisst. Es steht 4 zu 3. Die nächste Folge müsstet ihr auf jeden Fall gewinnen, sonst haben wir nicht den Ausgleich gegen uns, sag ich mal. Oder haben wir 4 zu 4 verloren, sag ich mal. Dementsprechend haut sie rein. Bis hoffentlich nächste Woche, wo es besser läuft. Adieu. .